So, willkommen zu einem weiteren Techview Vlog und diesmal soll es um das Huawei P30 gehen. Das kommt ja vorausgeliefert mit einer Schutzfolie daher und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die Schutzfolie ist nach einem Monat, ein bisschen was mehr als einem Monat Benutzung, zwei Monaten sagen wir mal Benutzung, doch schon recht angeschlagen mit vielen Kratzern. Und die Kratzer werden nicht so störend, wenn halt nicht so Abschürfungen hier wären wie an der Seite, die halt eben dazu führen, dass die Folie sich nicht mehr glatt anfühlt, sondern wirklich abgerieben wäre oder abgeschorft wäre mit so einem Schmirgelpapier. Und das ist halt ziemlich ärgerlich, weil das halt eben auch visuelle Auswirkungen hat. Zum einen, zum anderen ist es halt so, dass der Fingerabdruckscanner, dass da auch ein paar Kratzer sind und ich habe das Gefühl, dass der Fingerabdruckscanner sich dadurch eventuell verwirren lassen könnte. Jetzt noch nicht, aber in Zukunft eventuell. Das andere Problem ist natürlich, es sammelt sich rund um die Kanten, wo das Ganze angebracht ist, diese Schutzfolie, die Huawei angebracht hat, sammelt sich Dreck. Ich habe das Ganze jetzt noch in der Schutzhülle, das ist vielleicht noch ein extra Makel, weil hier sammelt sich auch Dreck drunter. Das ist jetzt keine Original-TPU- oder Silikonschutzhülle, sondern das ist tatsächlich eine Schutzhülle, die ich mir so besorgt habe und wo ich eigentlich gedacht habe, die passt eigentlich gut und hat auch bisher gut ihren Dienst getan. Das Einzige, was mir auch wirklich aufgefallen ist, dass ich dann gerade in der oberen Kante, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da sammelt sich tatsächlich auch Staub. Das heißt, keine Ahnung, woran das liegt. Das ist auch ein bisschen sehr weich, dieses Case. Das muss man ganz ehrlich sagen und ja, da wollen wir das Ganze mal ein bisschen aufmöbeln. Das Case lasse ich jetzt mal drauf, aus dem ganz einfachen Grund, weil es ein bisschen für Stabilität zworkt, weil ich habe mir ein neues Case geholt, ein Glasprotector, so wie ich das gelesen habe, Protective Glas, also Schutzglas von Hama in dem Fall, mit einem Protection Level 11, was immer das auch sein soll und einer sehr guten Bewertung im Oktober 2017. Da war das Handy noch nicht auf dem Markt, deshalb ist das so ein bisschen wahrscheinlich so eine allgemeine Bewertung von Hama Schutzcases beziehungsweise diesen Schutzhüllen. Und hier ist auch nochmal aufgeschrieben, wie man das installiert. Also es wird wie eine Schutzfolie angebracht, soll er sich allerdings um Glas handeln. Machen wir das Ganze mal auf, um zu schauen, was denn da alles mitgeliefert kommt für den doch recht stolzen Preis von fast 30 Euro für dieses Schutzcase, was da schon eine ganze Menge ist. Und also schon die Verpackung gefällt mir nicht ganz, wenn man das nicht richtig aufmachen kann. Zumindest nicht so, wie ich das jetzt hier gerade versuche, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dann wird das eben komplett ausgerissen. So, jetzt habe ich es rausgepackt, da fällt mir auch schon fast alles auseinander. Also wir haben hier ein Special Display Cleaning Pad und wir haben ein in Folie eingepacktes Staubentferner-Tuch, was einem helfen soll, natürlich das Ganze zu putzen. Das werde ich natürlich gleich auspacken. Und hier haben wir die Folie selber, beziehungsweise das ist ja ein Glas, mit eben dem Protective Layer und dem Klebestreifen unten. Und das ist tatsächlich massiv, das ist also kein heißes Glas. Und es hat einen schwarzen Rand, um einem zu helfen, das Ganze hier auch wirklich anbringen zu können. Wenn ich es mal drauflege, dann sieht man das ungefähr, wie ich es anbringen soll. Es hat auch ein Cutout für die Kamera. Da muss man sich also dann daran orientieren. Und ich schaue gerade, wenn ich das anbringe, wenn ich das so anbringe, sollte es mit der Schutzhülle auch keinerlei Probleme geben, die ich habe. Und es sollte auch mit dem Fingerabdruckscanner keinerlei Probleme dann geben, was das Scannen angeht. Aber das werden wir gleich nochmal sehen. Das ist extra ein Glasprotektor für das P30. Und hier sind sogar auch Anleitungen drin, wie man das Ganze denn macht. Und in verschiedenen Sprachen wird einem dann beschrieben, wie das Ganze durchzuführen ist und wie man es dann vor allen Dingen auch anbringen soll. Ich werde das jetzt mal einfach machen und ihr könnt dann dabei zuschauen, was ich hier mache. Zunächst einmal, natürlich muss ich das alte Screenprotektor abmachen. Dazu an den Kanten, der klebt hier ganz schön fest. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der hat also HW schon mal ganze Arbeit geleistet, den ordentlich festzukleben. Gut, er kommt auch vorausgeliefert. Dann muss er auch festkleben, aber er ist trotzdem einer der billigeren und sorgt halt eben dafür, dass das Ganze einem nicht so gefällt, wie es gefallen könnte. So, jetzt mache ich es ab. Haben wir es gehört, das ist die Folie. Immer noch Klebezeugs dran. Für den Fall der Fälle, dass man sie nochmal braucht, legen wir es immer hier an die Seite. Und fangen dann mal an mit dem hier. Das war jetzt natürlich die ganze Zeit unter der Schutzfolie, deshalb gehe ich sehr stark davon aus, dass das Ganze auch komplett stoppfrei sein sollte. Trotzdem haben wir unsere Tools. Und dann möchte ich natürlich zeigen, wie das Ganze so funktioniert. Hier haben wir dieses, das ist einfach nur die Möglichkeit, hier mit Easy-On-Klebehilfen noch herum zu handieren. und hier in dem Tütchen befindet sich noch so ein gummiartiges Cleaning-Pad. Aber von alledem, was ich jetzt hier sehe, braucht man das nicht. Aber in der Theorie, so, lasst mich das mal sauber machen und von der Seite drauf schauen, da ist jetzt kein Staub drauf. In der Theorie kann man das Cleaning-Pad wie so eine Gummiart hier drauf machen, um einzelne Staubkörner zu entfernen. Ich habe jetzt kein Staubkorn, deshalb möchte ich das relativ schnell machen. Und hier sind natürlich die Folie drauf. So, mache ich das Ganze ab, lege das hier hin, schauen wir mal, ob da wirklich kein Staubkorn ist. und jetzt muss ich das natürlich hier wirklich passgenau treffen. Hoch genug ist es, glaube ich. Das sieht ziemlich gut aus. Und jetzt laut Anleitung, und jetzt habe ich es draufgelegt, laut Anleitung seht ihr, muss man hier von links nach rechts wischen oder halt im Uhrzeigersinn, soll man da drüber wischen. Um das Ganze zu befestigen. Joa. Das scheint jetzt schon der Fall zu sein. Ich drücke mal auch noch drauf, weil man, anders als bei den Plastikhüllen, die man so hat, merkt, hier sieht man ja dann, wenn die Luft irgendwie verdrängt wird und die Blasen rausgehen, das merkt man jetzt hier nicht. Und sitzt es? Ich glaube, es sitzt. Also es sitzt perfekt. Fingerabdruckscanner geht auch. Kannst du nochmal zeigen. Der geht also auch ohne Probleme. Muss natürlich schon den Daumen richtig erwischen. Also auch die ja, Responsibilität, also das Bildschirm reagiert weiterhin wunderbar. Das war jetzt weniger kompliziert, als ich gedacht habe, die Anleitung von Hammer. Es macht auch kein Klackgeräusch, also dass da irgendwie Luft drin wäre zwischen oder so. Und auch die Hülle kann ich jetzt mal abmachen. Und kann man sich das Ganze mal anschauen, wenn ich hier von der Seite wische. Oh, ja, wenn ich von der Seite wische, ohne Hülle, merke ich hier schon deutlich einen Rand. Von unten nicht so sehr. Das ist das Schöne im Gegensatz zu der von Huawei. Die Schutzhülle hatte doch so ein bisschen was Spiel nach unten hin und war oben hin auch ein bisschen was, ja, zu hoch angebracht, sodass der Cutout halt nicht plan war oder nicht so war, wie er sein sollte für die Teardrop-Notch. Und das habe ich jetzt hier nicht mit dieser Schutzhülle und diesem Panzerglas. Und bisher, es knackt nicht. Wollen wir hoffen, dass es auch hält, weil vom Kleber her, weiß ich nicht, also ich habe es ordentlich hier gezogen, müsste es jetzt überall wunderbar kleben. Und nur der Fingerabdruck. Ach, der will. Doch schon, ich muss halt nur richtig drauf halten. noch die Schutzhülle hat keinerlei Probleme hier reinzugehen und macht halt eben auch nicht, macht das, was er soll. Das heißt, er hebt jetzt nicht irgendwie was nach oben, um irgendwie Probleme zu bereiten. Na gut, wenn ich hier relativ schnell drauf tippe, spüre ich schon, dass das, dass da vielleicht ein bisschen was Luft drin sein könnte zwischen dem echten Glas und diesem extra Glas. Nun ja, mit dem Fingerabdruck klappt weiterhin, okay. also erster Eindruck von dem ist gut. Die Anbringung war erstaunlich einfach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und natürlich, das Case hat mir ein bisschen was geholfen, weil es steht ein bisschen was ab und es hat genau gepasst, dieses extra Glas für dieses Case. Und apropos Case, ich habe nicht nur dieses TPU Case hier, sondern ich habe sogar mir das Original Case besorgt von Huawei. Das sieht so aus, steht auch Huawei drauf, ist ein bisschen massiver, also das hier kann man richtig so und das hier, das kriegt man nicht mehr so. Das ist richtig massiv gemacht und hat eine Textur wie bei den alten Blackberries beziehungsweise auch meinem Blackberry Key 2, hier ist die Textur noch ausgeprägter, aber den älteren Blackberry 10 Geräten war es halt auch so eine Textur und die gefällt mir doch relativ gut. Jetzt will ich das auch nochmal testen. Wie sieht das denn hier aus mit dem Display und der Schutzfolie? Oh, das fühlt sich ja noch geiler an als mit dieser TPU-Hülle, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und sieht auch recht schick aus, hat den großen Vorteil, dass bei diesem Case, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Fingerabdrücke hier auf der Seite, die haben halt eben dafür gesorgt, dass das halt so ein bisschen was beschlagen aussah und grau und das haben wir jetzt hier natürlich nicht mit so einem und das fühlt sich auch relativ massiv an und gut. Die Aussparung für die Knöpfe ist auch gut und Lautstärke hoch und runter machen, natürlich ist es das Original Case von Huawei, dann muss das natürlich gut sein und auch hier der Kamera-Bump-Ausschnitt ist passgenau, sodass halt eben das Ganze richtig plan liegt und hier nichts mehr wackelt. Das war bei dem nicht ganz, hier ist eine Erhöhung noch extra angebracht und das habe ich hier jetzt nicht. Das heißt, mit anderen Worten, das liegt plan auf. Das heißt, hier habe ich auch wirklich keinen Kameraschutz außer der Kamera selber. Das habe ich bei dem so ein bisschen dadurch, dass es hier etwas höher ist. Hat aber auch den Nachteil, dadurch, dass es etwas höher ist, es wackelt ein bisschen was deutlich mehr als natürlich das hier. Hier hat man gerade einen Knacken gehört von der Display-Schutzfolie. Das heißt, ich hoffe, die bleibt kleben. und geht nicht ab. Nun ja, das ist also mein neues Setup für mein Huawei P30 und das war es für dieses kleine Techview-V-Löckchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr mir natürlich schreiben. Ach so, eine Sache noch, falls ihr so ein Glas anbringt, kann es natürlich sein, so wie es in meinem Fall, also wirklich hauchdünn Seiten, ich habe ja jetzt die Gesten-Navigation aktiviert und kann jetzt hier durchswipen und so weiter und so fort. Ihr seht hier ein abgelaufenes, müsste schon abgelaufenes Ticket sein. Das geht wunderbar, weil mit diesem Case drauf und der Glasschutzfolie habe ich quasi eine Ebene. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber da dieses Glasschutzfolie sowieso Schutz bringt oder bringen sollte, ist mir das also egal, auch wenn ich so hinlege, liegt es halt auf der Folie und dann wird es natürlich auch dreckig, aber das Tolle ist, ist da schon ein erster Kratzer drin, das sollte natürlich nicht sein. Also Kratzer sollten hier natürlich nicht so einfach reingehen wie bei der Plastikschutzfolie, die Huawei sonst immer anbringt. So, bei dem hier, bei dem Case könnt ihr nochmal versuchen, ob ich das rauskriege, in das andere Case nochmal reinhaue. Das andere Case hat auch die plane Oberfläche mit eben dieser Glasschutzfolie. Das heißt, hier hat man keinen extra Schutz. Dann müsst ihr drauf achten, falls ihr halt noch einen extra Schutz haben wollt, dass ihr dann ein Case holt, was vielleicht noch etwas höher absteht. Mit der Plastikfolie war hier noch ein Schutz, weil die Plastikfolie deutlich dünner war. deutlich dünner ist und dadurch halt hier die Hülle dann ein bisschen was in Sachen Schutz noch beigesteuert hat. Aber ganz ehrlich, diese Hülle kann ich als Ersatz benutzen, falls ich irgendwas wunderbare Schwarz sehen möchte von meinem Huawei P30. Ansonsten, falls ich das wunderbare Schwarz des Cases hier sehen möchte mit dieser wirklich sehr geriffelten und grippy Textur, dann benutze ich doch hier das Original-Case. Das passt wunderbar und ja. Das ist also mein Setup jetzt für wahrscheinlich die nächsten Jahre. So hoffe ich doch. Also mit dem Fingerabdruckscanner habe ich immer meine Probleme auf dem P30 aus irgendeinem Grund. Jetzt lässt er mich rein. Ich muss wahrscheinlich den Finger Nummer 1 kennen, weil das nur mit dem rechten Daumen das Problem ist. Mit dem linken Daumen geht es eigentlich immer. Also da habe ich fast nie Probleme, dass ich da nicht reinkomme. Das heißt wahrscheinlich noch den Fingerabdruck Nummer 1 kennen. Dann wird das schon okay. Ja, das also zu meinem kleinen Tech-Weblog. Falls ihr das mögt, falls ihr noch mehr davon haben wollt, falls ihr Erfahrungen haben wollt, ich jetzt hier das jahrelang benutze und das Video länger draußen ist und ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dem Teil, könnt ihr mir natürlich Kommentare reinschreiben und das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.